Du schachtiger Burgmünchen. Das wird echt schwierig auf einer Seite. Ich geh immer... Wie hoch wird dieser Bambus, ey, WTF? Sehr hoch. Ja, echt. Ein bisschen übertrieben gemacht. Ist doch geil. Ja, schon. Zuckerrohr wär mal geil, wenn das so hoch wachsen würde. Ja, den kannst du ja künstlich hochbauen. Ja, wow. Voll effizient und so. Au, fürs Aussehen halt. Alter, ich hab 15 Lapis, äh, Lazu die Blöcke. Pissen. Vorbei, du kannst mir... Hey, bist du noch hier? Ja. Gehst du jetzt wieder zurück direkt, oder? Wollte jemand, wollte jemand, äh, Gold haben? Vor dem Weg. Ja, äh, der Reichsverwalter. Ich wollte auch Gold, wollte auch Gold haben. Dachte, du könnt... Was ist mit Reichsverwalter? Ich, hallo. Ja, du wolltest Gold haben. Ja. Kalari, äh, hat anscheinend was. Ja, wenn du schenkst, aber nur. Ja. Das, das, das ist noch nicht genug, mein Lieber. Das ist noch nicht genug. Aber, wenn du genug hast, gebe ich dir gern Dias dafür. Bitte was? Ja, er verschenkt Dias die ganze Zeit immer so zum Schenken und so. Ne, ne, wenn er Gold hat, wenn er nur Gold geben kann. Verschenkt Dias zum Verschenken? Ich muss, ich muss doch das Bambus anpflanzen. Er hat genug davon. Ja, ne, ich hab inzwischen gar nicht mehr so viel, weil ich jetzt mit der Rüstung fertig hab. Bambus war, Bambus war egal, wo du das hinsetzt, ne? Ja, aber es war egal. Hä? Was war das? Äh. Mann, zeig es raus. Was war das? Ich. Kalari lernt, Kalari lernt gerade Phantome kennen, glaube ich. Alter, das Bambus ist ja richtig komisch, Alter. Gehen die eigentlich wieder schlafen, oder? Ich muss nicht mal schlafen, ich hab gar kein Problem gerade. Ja, die anderen aber vielleicht nicht, zum Beispiel ich. Ne, ich geh jetzt sowieso auf. Wie? Erst war noch die Glocke läuten. Biste Schatter. Aber das ist halb zwölf schon Abend. Ja, und du brauchst eh paar mehr Folgen. Sonst komm, läufst du irgendwann aus. Eine extra Folge. Doch klar, du lädst sieben Folgen immer hoch und nimmst sechs auf pro Session eigentlich. Ja. Ja, also läufst du irgendwann aus. Ja, irgendwann kommt dann mal ne Doppel-Session oder so. Aha. Zum Beispiel nächste Woche. Was? Wie bitte? Nächster. Mal gucken, welcher Tag da am besten ist. So. Mittwoch. Meins. Meins, meins. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich hab gar nicht, keine Ahnung. Nächste Woche schon, oder wie? Ist ja direkt morgen. Hä? Nächste Woche? Morgen ist Sonntag. Achso, ja. Oha. Das fickt mein Kopf. Ah, cringe. Ziemlich cringe, dass es morgen Sonntag ist, Junge. Ah, scheiße, ey. Nächste Woche ist ja wieder Sonntag. Maaan. So auf Sonntag. Echt, ey. Keine Ehre. Irgendwann bringe ich mich durch Sturzschaden hier unten. Safe. Was? Also, wenn ich noch nicht durch Sturzschaden gestorben bin, dann schaffst du das nicht. Jo, Rinozoros, alter. Will er hier ausbüxt? Alter. Rinozoros. Kein Assi. Keine Ehre, ey. Ich stimme Panda im Chat. Eine Hexe irgendwo in der Warte und drei Skelette schießen gleichzeitig auf mich. Nur mit dir? Hä? Jetzt muss sie gut kontern, bitte. Oh. Nein, nein, nein. Komm her. Aua. Da habe ich also ein neues Paar zum Verheiraten. Ne. Scheiße. Die sind dort fünf Skelette. Wollt ihr mich verarschen? Die wollen ihr Knochen mir schenken. Sei dankbar mit denen. Bruder, das sind so viele, der durchgeht heute scheiß Rüstung schon. Bruder. Walla, Bruder, muss los. Walla, Bruder. Name Ü. Warte, kann ich den so erwischen überhaupt? Okay, danke, dass du dich bewegt hast, Arschloch. Bitte. Oh. Wo treibt man deine Lade? Noi, ich sehe von hier aus Phantome, die irgendjemanden angreifen. Phantome? Was für Phantome? Jun, Sturzflug nach unten. Digga, Matze hat sich im Minecraftetet. Einfach im Minecraftetet, Digga. Was? Keine Ahnung, ich bin gerade auch mit dem Bauen beschäftigt. King, absoluter King. Hm. Alter, verpiss dich, du Zombie. Shooter Boys. Robert kriegt jetzt schon wieder Angst, wenn er... äh... Arena nur hört, ey. Ja, ey. Die war auch total unfair, ey. Ach, Jun, ihr wart nur zu schlecht. Alter, ich... Warte mal, wenn du das mal, ey. Hey, ich hab doch doch... Ich hab das doch alles getestet vorher. Hat er das nicht... Hat er nicht mal ein Video hochgeladen, wo er das getestet? Nee. Ja, das war höchstens die Vorführung. Was du da gesehen hattest, ne? Ja, ich kann mich nur ganz grob um mich mal erinnern. Mit so einer geilen Zombie-Mucke halt und dann... Action. In 20 Jahren fragen Matzes Kinder, wie hast du eigentlich Mama kenn... Ja, auf Minecraft Server von Burraki... Ja, auf Minecraft Server von Burraki... Richtig geil, man, das wäre eine Geschichte in his Leben. Freunde. Frau Matzschirmorber, ja... Ja, Mann! Frau Matzschirmorber, nur mit einer Folge so... Ja, also Kinder. Zwar Minecraft Server bei Burraki. Ja, Ende. Wer ist dieser Bushaki? Oh, es regnet, es ist auch ganz so was Neues. Ja. Echt so? Oh, Dämonen! Dämonen? Hörst du bei mir, Alter? Nee, bei mir. Fick dich. Ah, dieser fliegenden Fotzer. Finde ich gut. Ich störe mich beim Feldbauen. Verzieh dich! Das ist eine komplette Zeitverschwendung, was der da macht. Ja. Du! Zieh dich! Das sieht hübsch aus. Ich prophezeie, in der nächsten Session ist da nichts mehr. Ich prophezeie, das steht da immer noch. Ich werde es mit dem Dia schnell verteidigen. Gut, dann musst du mal in der Woche raken, wann ich dann in den 10 Minuten auf dem Server bin. Viel Spaß. Warum willst du das Ding schrotten? Weiß ich, das sieht voll schön aus hier. Weil es 20 Meter vor meiner Fresse ist und ich dann noch was hinbauen werde. Das ist schön wie Terraform. Dann zeige ich es raus. Ja, ich meine, das ist auch unmoralisch. Alles schon gerade geworden. Scheiße. Amoral! Die Moral von der Geschichte. Ähm, meine lieben Freunde. Baue lieber nichts vor Boruggys Gesicht. Erzähl ihm, dass ich mir eben ein Zitteraal in die Eichel gesteckt habe. Okay, ich baue vor sein Gesicht was. Und wie war es? Erzähl mal. Es war radikal geil, Alter. Radikal. Und auf einmal fängt er an seine Elektrizität abzugeben. Der fängt erst mal rumzuschwabbeln. Und dann habe ich abgewankert, Alter. Aber in sämtliche Generationen rein. Finde ich gut. Dass du so offen drüber sprichst. Ja, man muss doch einfach mal offen über seine... Seine... Sachen reden. Das wird in der Gesellschaft zu wenig getan. Echt, dass du geredet hast? LOL! Ich wurde nämlich gerade, wer redet da? Die erste Musik mit Survivor, LOL. Was? Survivor? Ja, Burning Heart. Survivor! Das Survivor ist doch die Band, die auch viel Eye of the Tiger gemacht hat. Der Eye of the Tiger! Aber das habe ich nicht drin. Nein, nein, Zombie. Aber ich habe auch eine Musik, die trotzdem von Rocky kommt. Freut mich jetzt aber nicht, welcher Teil. Und warum ist kein Blackboard drin? Ich glaube, das war, wo er in Russland war und dann trainiert hat. Da lief, glaube ich, die Musik. Boah, Alter, stark. Bären, stark. Das ist echt Selbstmord mit zwei Herzen. I hope. Alter, ich habe Kräper ge... Kräper. Die Kräperbahn. Wow! Ey, du kleiner Wichskopf, Alter. Es ist East vs. West. Man against Man. Das stimmt hier einfach halb mein... ...Erdescheißrekwunder. SACHE MALL! The Burning Heart. Das höre ich sogar. Immerhin machen die keinen Schaden. Die machen echt keinen Schaden, also gar nicht. Alter, Creeper, ey. Immer von hinten Sneaky, ey. Bist du noch richtig gestorben? Also heul nicht rum, deswegen. Ey, es lag nicht mehr, weil du auch noch zu fünft sind. Geil. Jetzt lagts nicht mehr, das ist richtig angenehm, ey. Robert baust einfach den Weg. Das ist jetzt ganz böse Mischung. Ganz böse Mischung. Ach, da bist du. Ich wollte gerade sagen, warum ist ein roter Punkt in meinem Lager aus? Das ist ein Enderknecht, okay? Da hat ein Zombie für Robert gehalten. Geil. Robert, warum bist du so grün im Gesicht, ey? Wollen wir eben schlafen? Ist doch keiner mehr drauf, der rumheult. Doch, ich. Außer Marco. Aua! Ey, was wollte ich jetzt bauen? Fuck, f*** nochmal. Hilfe, 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 Hilfe. Und Kalari auch anscheinend. Ich muss meine 20 Level retten. Ich habe doch ein Herz. Siehst du, hätten wir geschlafen? Oh, finde ich gut, finde ich gut. Wie ist das jetzt passiert? Wir werden das Feld nicht mehr weitergebaut. Oh, f*** dich, du scheiß Wichs-Phantom, Mann. Ich kumiere gerade den anderen. Ja, wie habe ich das denn damals abgeschätzt? Fuck. Was ist denn, den Abstand zwischen uns? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja, das auch. Tausend Blöcke hat er geschrieben. Den Abstand zwischen dir und... Ja, ich war bei Dragon of War geschockt. So, in Anführungszeichen, nah sind. Ich habe die ersten zwei Folgen gar nicht gecheckt, dass wir alle so nahe aneinander sind. Ich gehe mal so einfach durch die Gegend. Hä? Schon Fabi, was? Ja, vor allem, wenn man mit der Bahn so lang braucht. Ja, aber mit der Bahn braucht man ewig und dann laufst du doch so. Und dann denkst du... Könnte daran liegen, dass die Bahn auch zum Hauptbahnhof führt und nicht zum anderen Spieler. Ah, was brauchst du? Äh, was? Ah, du Kack-Dämonen, Alter. Verpiss dich doch jetzt. Ey, Dämonen sind halt geil. Am besten die Weibliche-Version. Ja, aber nicht die Weibliche-Version. Ohohohohoho. Wie heißen die nochmal? Succubus. Ja. Also die Weiber, die sind ja geil. Ja, die würde ich gern mal. Näh. Was? Ähm. Schwach. Okay. Ich wette, da wird YouTube auch wiederum flamen. Die Musik darfst du nicht benutzen, ey. Monetarisierung ist deaktiviert. Wurde bei dir schon mal irgendwas demotarisiert? Ja. Klar, ständig. Echt? Ja. Ich wette, da wird YouTube auch wiederum flamen. Die letzten Minecraft-Folgen alle überall, wo YouSpinMeRound kommt, ist alles demotarisiert. Ja, ja, okay, ja, ja. Das ist klar. Aber ich mein jetzt wegen jetzt zum Beispiel mir, weil ich irgendeine Scheiße habe, oder? Nee, das nicht. Ich dachte, weil da bist du eigentlich nicht... Nee, weil das kommt eigentlich nur bei irgendwelchen, was ist die, Millionen oder so Leuten, wo die halt wirklich die Videos auch angucken auf YouTube. Ja, die dürften auch keine Schleichwerbung machen und so. Ja, genau. Tja, hat Vorteile, wenn man kleine YouTuber ist. Also Leute, kauft, äh... Ja, kaufst die Orin. Wenn das mal wieder zensiert. Ja, mit Absicht. Ich presse dann immer meinen Schwanz und dann werde ich zensiert. Mein Gott, wie lange es hier noch dauern wird. Oh, dann bringen sie das auch ganz geil los hier. Robert, helf mir mal. Nee. Kann jemand mir das denn geben? Ich war ungerecht. Boah, Nase juckt, Alter. Richtig hart. Ich brauch's von da. Ja, Kalari kommt zu mir. Ich hab Übel für ihn. Eins, zwei. Ich kann doch nicht was laufen, Junge. Aber das ist natürlich jetzt scheiße. Zu dir kann ich jetzt auch nicht laufen. Ich bin ein Kalari. Ich bin ein Kalari. Ich hab so schon nichts mehr was zu futtern, dass ich echt nicht laufen kann. Bist du nicht bei dir zu Hause und kannst per Bahn fahren? Achso. Ich bin an einem Berg. Die Bahn ist fünf Kilometer weit weg. Warte mal. Da höre ich die Treppe und ein weiter ist der Baumstamm. Nicht runterfallen vom Berg. Nicht runterfallen vom Berg. Nicht runterfallen vom Berg. Gott sei Dank. Okay. Robert? Yo. Nein. Wie groß ist dein Penis? Weiß ich nicht. Drei Dezimeter. Oh, keine Antwort. Drei Dezimeter, Digga. Ich hab die Einheit immer gehasst. Ich weiß nicht warum. Ich auch, ey. Ich hab die irgendwie als Kind immer so. Ich dachte mir immer so. Hä, warum, Alter? Weil die Lehrer immer gesagt haben. Ja, die wird gar nicht benutzt eigentlich so. Ja, ist auch so. Und ich seh, aber mit dem Scheiß dann eigentlich. Echt? Das wird gar nicht benutzt? Nee, Dezimeter wird eigentlich nirgends benutzt. Das hab ich seit... Alter, das hab ich seit Jahr nicht mehr gehört. Was ist die Umrechnung eigentlich nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Zehn Zentimeter sind alle. Zehn Zentimeter gibt gleich ein Dezimeter. Zwischen Zentimeter und Meter kommt die, ne? Du hast eigentlich nirgends stehen. Ja, das sind X, Y und Dezimeter. Ich kenn nur Zentimeter und Meter. Ja, Millimeter. Ja, ähm. Und µ? Müsli. Müsli. Kilometer und mehr. Ist nicht mehr relevant. Was? Müsli. Das sind 10 hoch minus 6. Digga, jetzt kommen die Abiturienten. Bruder, ne. Bruder, ich mach ne Ausbildung, wo ich das brauche. Bruder, ich kann vielleicht kein Mathe, aber ich weiß wann... Alter, ich bin nur richtig Brain-Off-Kar jetzt gerade. Ich weiß nicht, wie ich das hier bauen soll mit Tiff. Das machst du für ne Ausbildung, wenn ich fragen darf. Stand zum Punkt von Michaelika. Oh, jetzt ist Maria. Da. Hört sich anstrengend. Ja. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, oder? Na komm. Yolo. Der, wenn der das schon hört, der so, der kriegt schon nen Herzenfaktor. Er merkt, dass er so hart ist. Der, 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 der... Natürlich ist die Aus... Also von der Arbeit her geht eigentlich die Ausbildung, das ist klar eigentlich. Aber ich hasse die Schule aber dabei. Aber da in der Schule ist mega easy. Was heißt denn? Ja, es mag ja mega easy sein, aber nicht, wenn irgendwelche Lehrern gefühlt werden, dass sich sie rumschreien und so laut rumschreien, dass dabei die Ohren bluten und du danach nichts mehr verstehst. Anzeige es raus. Genau. Na, also ich höre Musik bei denen die Ohren bluten, also von dem her mir macht es... Oder die würden bei mir die Eier rausreißen. Oh, geil. Sag ich sag, muss ich die Schule nennen, Alter. Oh, ja. Oh, ja. Ich war bei uns in der Berufschule mega entspannt damals. Bei uns war es einfach so krank. Bruder, bei mir ist das ein Knast. Wenn du da reingehst, dann denkst du, Alter, das ist die Abgrund der Menschheit. Ja, aber... Marco ist bei so einem Psychiater. Ja, die sind chillig, Mann. Da ist sogar bei, keine Ahnung, bei wem noch Hoffnung. Achso, das Dach kommt erst da oben, oder was? Was? Schön viel Erde mitnehmen. Robert, hast du eigentlich Erde, die du nicht brauchst? In deinem Gesicht habe ich. Ähm, ja. Warte, hier ist doch ein hübscher Berg. Gib mal bitte. Was ist denn der scheiß Creeper da unten eigentlich? Willst du mich verarschen? Da kommt ein absichtlich hierher. Ah, jetzt weiß ich, was ich da bauen könnte. Gib mal bitte Erde. Könntest du gar vor was interessieren. Ja, danke, du Spritz. Da ist ein Dings. Hey, Robert. Oh, bei dem Dach. Bei mir ist halt ein Berg, der so richtig dick mit Schnee bedeckt ist. Was ist denn, wenn ich dort einen japanischen Palast dorthin baue? Fick dich, ich baue japanisch. Aber nicht mit Schnee. Ah nö, Schnee kannst du knicken. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Dieses kleine Stückchen. Kein Kies mehr. Ich hab, ich hab in meiner Kiste vielleicht noch. Nein! Mach ihn jetzt die, mach ihn weiterhin den Traum kaputt. Ich glaub nicht, dass ich viel hab. Vielleicht wird's noch schlimmer, wenn dann noch so drei Blöcke. Alter, dann weine ich, ey. Schnee ich aus der Kiste alles rausnehmen. Nee, dann weiß ich, wo ich schnell welchen herbekomme. Mami. Wo hat, äh, ich find keinen Kies bei dir. In der, äh, andere Bau, in der ganz links hinten. Ja, da ist nichts. Als ob, ich hab vorhin was abgebaut. Ich glaube, doch, ich muss da jetzt das Dach bauen, ne? Ah, 17. Äh, vielleicht nicht. Dann geh, äh, runter in die Mine. Ja. Und dann den ersten Gang nach rechts. Ja, doch. Kann man nicht Rüstungen färben? Dann läuft, lauf den Gang nach rechts. Ja, aber nur Leder. Oh, äh, Gravel sein. Was ist das denn für'n Scheiß? Ja, ist auch so, ne? Ist wirklich schön Arsch. Mann, wo bin ich? Wer färben kann dann aber richtig? Ist wirklich langweilig, ne? Oh, Junge, die Mine ist echt schwer. Weil irgendwie, alle Rüstungen sehen irgendwie so gleich aus. Hä? Ich, ich find dein Netaportal aber, wo ist die Mine? Der, wenn du aus dem Haus rausläufst, einfach geradeaus. Deck. Ach so, stimmt. Da war ja was. Nein! Ja! Und damit hat's ihn dann auch den ersten Tod erwischt. Der erste Tod, Alter. Ist eigentlich jeder schon mal hier gestorben, ich hoffe doch. Ich nicht. Ja, ich glaub, Roboty sind die einzigen, die noch null haben. Als ob Shadows schon gestorben sind. Ja, mehrmals. Klar, der hast du schon in der Lava gestorben. Alter. Was für'n Spast, ey. Ich bin im Feuer verreckt, ich bin zweimal durch'n Creeper-Explosion. Das Ding ist, ich bin nur verreckt, weil ich die ganze Zeit nichts zu fressen hatte. So viel Kies, Alter! Sag ich doch, aber... Oh mein Gott! Aber baust bitte wieder mit... Na, am besten Stein zu, wenn du Stein hast. Doch, meine Mini soll schön aussehen. Ja, dann hast du ja was zu tun. Nein, du Wichser. Oh, ich hab Redstone gefunden. Oh, gleich mal mitnehmen. Oh, ich hab Diamanten gefunden. Ja, das ist mir egal, das ist meine Mini, du Arschloch. Oh, Speedshot. Gleich mal in Discord posten, bitte. Lass die Dias da drin. Lass die Dias da drin. Ja, ich... Ja, wirklich. Ich lass sie. Ja, ich weiß, aber lass mich kurz kommen. Ja, kannst du. Söte was? Söte was? Ich bin ein Netter, ich lass Shadows Dias haben. Ja, du kriegst ja eh deine von mir. Ja. Ja, ich weiß. Am Ende gehen sie sowieso wieder an dich, aber ich brauch halt einfach nur ein paar, die ich theoretisch tauschen kann. Theoretisch? Ja. Kommst du gerade? Ich komm gleich, ich hole noch ein bisschen Stein, damit ich das wieder... Ja, mach schnell, sonst kommt jemand an. Jajajaja, ich spritz doch gleich... Ah, du meinst, wenn ich da komme? Alter, hier ist eine Lava-Quelle. Ein See meinst du? Ich hoffe, ich baue jetzt richtig. Ja, ja, den hab ich schon gesehen. Muuu, muuuu. Wenn ich das von dir ohne dich nicht rütt... Seh ich! Ich seh ich! Keinen Bock jetzt da wieder runter. Ach, was kann man jetzt eine Rüstung machen? Ich komme, ich komme. Pferde machen? Liebe machen. Liebe machen. Liebe machen. Liebe machen. Pferde machen? Pferde machen? Für Pferde. Ich hab nicht verlaufen. Rüstungen. Achso, Pferde Rüstung. Achso, nicht vor, ey. Ey, die kannst du finden, du ist uns... Ey, ich hab grad gesehen, wie kann man sie bauen? Pferde Rüstung kann man nicht craften, nö. Doch, kann ich. Und wie ist das Rezept? Ja, das heißt übersehen, du hast ja einfach nur sehr weit... Äh, warte, 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 warte. Wo war sie hier nochmal? Oh, alter. Also links, rechts? Durch? Mit Leder durchziehen? Warte, das ist nur meine Eisenspitzhacke, Digga. Und dann noch, äh, in der Mitte 1. Ohhhh. Wenn da... Warte mal. Safe is safe. Ah, ey. Safe is safe, alter. Lava, warum denkst du denn? Er stirbt mit einem Diaz. Alter, wie... Alter! Also ich kann das hier nicht craften. Mit Leder. Gut, ne? Ja. Dank Schauke, ne? Ja, Schauke. Achso, du meinst jetzt keine Eisenrüstung oder was? Sondern nur eine Lederrüstung. Ja. Ja, das könnte sein, dass das geht. So bin ich mir sicher. Weil ich hab das nur gerade für Leder... gefunden, nur. Alter, wie sieht die Goldaxe aus? Sieht voll geil aus. Hast du ein Texture-Bic? Ohhhh. Diamanten. Ja. Welches? Äh... Vielleicht das alles nochmal. Äh, warte. Options, Ressourcen-Paket... Chroma-Hills... Steht nicht dort. Wieso weißt du das nicht? Das ist doch das, was wir alle benutzen. Zumindest viele. Viele. Hehehehehehehehe... Welche Version hast du? Äh... Chroma-Hills... 1.15... Achst du 1.15... Ich muss die ganze Scheiße jetzt hier mit Holz bauen, weil ich leider keine Erde hatte. Ich muss so hart denken, dass ich mir schon das Genick gebraucht habe. Und Gedanken, Gedanken zu danken. Denk Patrick schon wieder. Alter, ich habe einfach so viel Redstone. Da kannst du zu Blöcke machen, dann sparst du Platz. Ja, aber was will ich mit Redstone blöcken? Ja, was willst du mit normalen Redstone? Ja, stimmt eigentlich. Kuchen, 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 Backen, Kuchen, Backen, Kuchen, Backen, Kuchen. Ich behalte ihn eigentlich nur, falls ihn irgendwann mal jemand braucht und ich was tausche. Was? Wird es einfach schon wieder Nacht oder ist es... Nö, ja doch, es wird Nacht. Mann, ich bin doch am Zückerli. Weißt du, es hat den ganzen Tag gerechnet, so jetzt ist der Regen vorbei, jetzt wird es Nacht. Das ist ein richtiger Arsch. Ich kann von meinem Schwimmer aus auf mein Lager auslaufen, das ist ja cool. Hä, doch voll geil, Autor. Ich mach den mal weg, der sieht cringe aus. Wenn der so im Weg steht, weißt du. Bei dir oder was? Oder Robert. Den Baum hier wegmachen, oder? Ähm, ja. Ich dachte, du wolltest den da haben. Nee, weil der so hat so... Wenn der hier eins daneben steht, geil war. Aber wenn der so in dem Stein drin steht... Ja, das hat sich leider nicht angeboten. Das ist schade, aber in Ordnung. Pflanzt da einfach irgendwann einmal... Hä? ...neben dem Weg oder so. Sag mir nicht, dass das Dach hier hin muss, dann raste ich aus. Ich will, dass das so schön aussieht wie bei dir, weil... Ist das so richtig, dass das... Aber du hast doch 20.000 Samen, oder nicht? Das ist ja schon wieder Nacht. Ich schieße wieder. Ja, ich habe... 15 Eichensätzchen, Gatte mit dem Tag. Ja, guck mal, ich habe auch noch... Warte mal, ich habe... Das Dach unter mir? Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe... Was ist dieses... ...laube ich auch noch welche? Nee, doch, das ist doch mit dem Hunding da vorgegangen. Oh, boah, tut das wieder gut zu rennen, Alter. Ähm... Oaks? Hast du eigentlich Nahrung? Ist Oaks das, was du hast? Ja. Warte, dann spritze ich dich mal. Ich will bis jetzt... Ich will gar nicht richtig aufführen, weil das Spiel jetzt gerade nicht mehr ein Leck. Das macht von Laune. Wo bist denn du? Hier. Achso. Weil du hast es bei dir so richtig geil gemacht. Ich will das auch, dass du das hier so geil machst. Hihiihihi. Alter, ich habe die einfach irgendwo random platziert. Ich spritze, ich spritze, ich spritze, ich spritze. So, der Weg ist fertig zwischen uns. Dieser Weg wird kein leichter. Jetzt, also... Ja? Was? Wenn du schnitt an willst, einfach den Weg entlang. Oh, jetzt habe ich wieder... Oh, jetzt habe ich wieder 15 Auxet. Au! Oh, ich habe keinen Platz mehr, deswegen kann ich die nicht auslangen. Warte mal, warte mal, warte mal. Fertig bei Kuhstall. Ich kann es auch wieder nehmen. Komm, ein paar kann ich auch brauchen. Vielleicht die Kühe besamen. Oh, Babyzombie! Ah! Ah! Hilfe! Er mag Babyzombies. Oh Gott, ist der schnell, Alter. Hey, der ist... Achso, der will mich gar nicht. Nicht in mein Karottenfeld! Jetzt nicht in mein Karottenfeld! Oh Gott, der bin da rein, Alter. Digga, der ist einfach reingefrackert. Ey, der liegt knapp auch. Der hat 360 gemacht. Guck mal. Achso, wegen dieser Erhöhung hier. Ja. Hey, du brauchst ne Karotte ab. Ne Karotte. Tot. Gut gemacht. Alter. Warum, Babyzombie? Warum wollen die nur von dir was? Weil er keine Babyzombies mag. Oh, scheiße. Er ist rassistisch denen gegenüber. Du hast mich gar nicht getroffen. Echt nicht? Ne. Also ich hab zumindest keinen Schaden bekommen. Ey. Du brauchst das doch Erde, ne? Äh, ja. Soll ich die Reste ins Gesicht spritzen? Ja, bitte. Oh Gott, hab ich gerade Höhenangst. Oh, oh. Ah ja, du hast ja geklappt. Alter. Oh. Ich bin... Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh. So. Mein Arschschuch. Ja, der hast du den Arsch. Ja, Alter, guck dir den Weg an. Lass mal langlaufen. Lass mal langlaufen, so. Es ist dunkel in der Nacht. So richtig romantisch, so in der Nacht, so, weißt du? Weiter, wenn ich nicht hab Angst. Den dunklen Wald hinein mit Robert. Oh, du Hurlsohn. Oh, ich hab echt nicht einen Kuchen. Du hast mich nicht gewarnt. Ich hab jetzt einen Kuchen. The cake is a lie. Alter, meine Hose ist kaputt gegangen. Ich hab eine, warte. Komm mit. Meine Hose. Mit einem Walz im Dunkel. Meine Hose ist kaputt gegangen. Warte, ich hab eine neue. Mir gibt das eine. Nein, Rhinozeros. Hier in der Grimmskrams. Kris, Kri... Pfff, Schwanz im Mund. In der Grimmskrams-Kiste. Oh, was? Grimmskrams-Kiste? Das ist noch eine Eisenhose. Gönne ich mir. Ja. Ey, brauchst du ein Spinnenauge? Ah, die ist schon benutzt. Die ist schon braun hinten. Ja, ja. Was warum? Oh, ich gönne mir auch die Eisenbrust. Ja, nehm dir das alles. Mega, ich raste gleich aus mit diesen ganzen Viechern hier. So, und jetzt baust du mit da oben ein paar schöne Bäume hin. Ich hab kein Problem hier. Jetzt ist dort schon wieder 80 Klippe. Und ich kümmer mich weiter um meinen Dirt-Scheiß. Alter, ein Opa-Zombie. Guck dir den Opa-Zombie. Nein, Rhinozeros. Kann ich, genau. Das ist ein Villager-Zombie, Mensch. Scheiße. Lass uns auf. Warum lässt du immer die Tür offen? Lässt du die Tür bei anderen Leuten immer? Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Geh runter mit dir, Rhinozeros. Da, wo du ihn gehörst. Lass Rhinozeros. Schuhe schiebt ihm nicht so viel. Der mag das nicht. Ja, er wollte ausbürsten. Ja, ist doch gut jetzt. Hier unten ist okay. Ich will auch nicht, dass er ins Netterportal geht. Doch, du glaubst nicht, dass er ins Netterportal geht. Nein. Lass mal Social Experiment machen. Nein, aber nicht mit Rhinozeros. Lass mal versuchen. Ich bring dich um. Ich weiß gar nicht, ob die Tiere da überhaupt durch können. Also alle. Ich glaub nur, dass man mitreißt. Doch, ich weiß es, ich bin mit dem Hund von Jason schon. Ja, Hunde, natürlich können Hunde da durch. Das sind ja deine Begleiter. Ich geh jetzt auf drei Sekunden. Nein. Lass Rhinozeros. Der will das. Tu es, tu es. Du es. Ich will dich gleich. Und zwar mit meinem Schwert in deinem Anus. Creeper, komm rein. Schnell. Komm mal vor deiner Haustür. Warum hast du Rhinozeros? Warum? Ja, er will ausbüchsen. Ja, na und? Dass es nicht fremd geht. Ausbüchsen. Guck mal, wie er schon wieder hoch geht, ey. Ja, er ist voll süß. Ja, guck in seine Augen. Das sind Verräter Augen. Das sind richtig süße Augen. Na. Verräter Augen. Und seine... Weißt du was? Hm? Ich beweist jetzt, dass er nicht abhauen will. Ja, okay. Ja, warte. Warte. Wow. Wie viele Steine habe ich denn eingeschmolzen? Du nutzeros. Warte nur ab. Wie... Guck mal, wie er die Treppe hochguckt. Warte doch jetzt einfach ab. Scheiße. Er geht hoch. Er geht hoch. Er geht Richtung Tür. Oh, oh. Jetzt dreht er um. Jetzt dreht er um. Okay. Alter, die gucken irgendeinem Lama zu, wie er sich bewegt. Alter, was ist mit euch? Ja, das ist High-Quality-Content, ey. Echt so? Ihr nehmt ja nicht mal auf. Was heißt hier Quality-Content, ey? Er steht vor der Tür. Er will raus. Ey, der will... Wie der abhauen will. So ein Flüchtlings-Lama, ey. Jetzt ein bisschen Jump-and-Run hier hinlegen. Ey, sobald du hinkommst, geht der wieder rückwärts, ey. Ja, das ist wirklich so. Und jetzt ist mein Holz langsam wirklich langsam weg. Und mein Ziel... Wie ist die noch hoch? Hä? Du warst Rhinoceros. Sehr gut. Jetzt ist er wieder in seinem alten Schlaps. Das ist die Zaun hier auf. Ah, ich glaube, der kann da gar nicht... Komm. Ja, die Leine war quasi zwischen dem Boden. Ja. Komm, ich push mal mit. Yo, also Eisen ist auch mal wieder weg, so wie immer. Hast du nicht gerade von mir übelst viele geholt? Überlegen, ob er wirklich so eine Sammelsession macht. Wie hörst du, wenn du einfach den Server anlässt und einfach immer Bauverbot rauf haust. Die ganze Zeit. Und dann, wenn wir aufnehmen, machst du Bauverbot weg. Gibt's überhaupt Bauverbot? Nein, gibt's nicht. Ah, cringe. Ja, aber du sagst, ich mach die Tür nicht zu. Es gibt übrigens einen Adventure-Mode, aber da kannst du leider auch nix abbauen. Ja, das ist natürlich scheiße. Ey, da ist der Opa-Zombie. Guck dir den Opa-Zombie. Ja, Moment, ich muss hier was weglegen. Ich lass die mal rein, ne? Nein, da ist Rhinoceros. Da ist du. Ja, komm. Alter, der Opa-Zombie. Das ist kein Opa-Zombie, ist einfach nur ein Villager-Zombie. Ja, klar. Ah, der hat einen Bart. Mann mit Bart. Ah, die ganzen scheiß Fackeln hier. Enozoros, ja, ich weiß, er ist ein schrecklicher Besucher. Wer ist noch da vor der Tür? Warte mal, war hier nicht ein Creeper? Hörst du mal auf, wenn ich muss, ich hab kein Schwert gleich mehr. Ja, Axt. Ach, da hinten ist ein Creeper. Sieht der mich? Ich kann jetzt eigentlich noch mal ein Tier-Schwert nehmen, einfach unbehandelt. Ich hätte schon vorher mit der scheiß Mauer anfangen sollen. Zeig mal, was du da hinten vorhast. Führ mich mal rum da auf deinem... Da gibt's eigentlich nicht viel zu zeigen, aber ich kann's gern machen. Aber warte mal. Guck mal, es wird doch schon Tag. Ja, okay. Da oben ist halt keine Fackel. Ey. Der ist über 100, das sind 76, da geb ich sowohl noch ein... Ey, Schott, ey. Ich geb ihm von hinten eine Spinne. Ich helf dir. Ich renn einfach an dir vorbei, ich helf dir. Ich bin richtiger Ehrenhafter. Ehrenhafter Ehrenfaxer. Ehrenhafter Entlassung. Wo bist du denn jetzt? Ja, ich will dich retten vor den Bösewichten. Warum denn? Ich renn doch einfach nur vor den Weg. Äh, wie heißt... was heißt Brückgestein auf Englisch? Killed Stealer. Bedrock einfach wirklich? Bedrock, ach so... Du musst dich hochbauen mit Erde. Hast du noch Erde? Ich hab alles dir gegeben, Alter. Ja, dann warte, dann geb ich dir ein bisschen... Oh, nimm doch... Oh, Junge, warum machst du das mit Kuh, Alter? Ja, weil das reicht. Weil das reicht. Du musst dich ja nur einmal hochbauen. Ich will aber nicht. Guck mal, die verbrennen, ey, die Schweine. Ja, hier oben. So ungefähr kann das auch aussehen, wenn ich über 2.000, 3.000 Blöcke das eingebe und das alles über in den Himmel und das nur Lava. Dann reicht meine Hütte gar nicht mehr. So, das war's eigentlich schon. Hier gibt's nicht viel zu sehen. Das ist einfach nur... Guck irgendwann. Nein! Dann mach ich die so noch irgendwann mal größer, Alter. Du Ficker, Alter. Du hast gesagt, ich soll Bäume platzen. Ja, aber nicht jeder Cringe. Warte, ich hab noch Sex. Ne, will ich nicht. Warum nimm die? Das sieht doch viel schöner aus jetzt da. Kleiner Pisse, Alter. Okay, jetzt bring ich... Ich musste gerade übrigens eine riesige Grundgestein-Mauer zwischen mir und Matze platzieren. Weil er sein Feld... Jetzt hab ich in sein Feld reingeklatscht. War das Absicht oder war das... Das war... Jetzt muss ich den Screenshot machen und dann bei Discord reinpacken. Wie machen wir Screenshots? F12, ne? Äh, nee. F2. F2? Ach, du meinst bei Fraps. Ja, nee. Nee, die Fraps mach ich gar nicht. Ja, aber wenn du noch aufnimmst, wäre ja, glaube ich... Das geht ja, glaube ich, auch an. Als ob wir nicht aufnehmen. Doch, klar. Ja, jetzt nicht mehr.